Hallo liebe Fans der Astrologie, herzlich willkommen zu diesem Video mit den Tendenzen im Juli für alle zwölf Sternzeichen. Die Anfangszeichen für jedes Sternzeichen findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung. Es wird ein spannender Monat mit einer Sonnenfinsternis und einer Mondfinsternis. Mehr Informationen über die Zeitqualität bekommt ihr auch in meinem Video mit der kosmischen Schwingung, darin habe ich alle aktuellen Aspekte des Monats gedeutet. Außerdem könnt ihr auch wieder einen tollen Preis in der Verlosung gewinnen und ihr erfahrt in der kosmischen Schwingung, wer in der Verlosung vom Juni gewonnen hat. Mehr dazu und zu anderen wichtigen neuen Terminen erfahrt ihr im Serviceteil am Ende des Videos. Schaut doch da auch noch mal rein. Rechtzeitig zur Sonnenfinsternis geht auch mein Video mit dem Mondzyklus online und zu den Finsternissen mache ich außerdem auch noch zwei Livestreams. Wenn ihr meinen Kanal abonniert und das Glöckchen oben rechts aktiviert, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ich neue Videos hochlade oder auch wenn es einen Livestream gibt. Bevor wir gleich zu den Horoskopen für die Sternzeichen kommen, denkt noch daran, dass so ein allgemeines Sternzeichenhoroskop keine persönliche Beratung ersetzen kann. Denn ihr habt ja noch viele andere Planeten und Faktoren außer dem Sternzeichen in eurem Horoskop und die können ganz unterschiedliche kosmische Einflüsse empfangen. Das kann man dann nur in einer persönlichen Beratung klären. Und die Infos zur Beratung findet ihr auf der Infokarte hier oder auch in der Videobeschreibung unten. Ihr habt außerdem noch die Möglichkeit, euch ein schriftliches Geburtshoroskop zu bestellen, damit ihr immer den Überblick habt, wo eure Planeten stehen und was das bedeutet. Auch dazu habe ich hier eine Infokarte und einen Link unten in der Videobeschreibung. Jetzt geht es aber los mit euren Horoskopen für den Juli. Dabei gehen wir in der Reihenfolge des Tierkreises vor. Das heißt, das erste Zeichen ist wie immer der Witter. Hallo ihr lieben Wittergeborenen und Witteraszendenten. Die Spannung am Himmel mit den beiden Finsternissen wirkt sich sehr direkt auf die Wittersonne aus und für euch ist es ganz wichtig, dass ihr diesen Monat Prioritäten setzt. Der Neumond am 2. Juli im Krebs erscheint als totale Sonnenfinsternis und zeigt an, dass bei euch Familienangelegenheiten an erster Stelle stehen sollten. Für einige von euch zeigen die Sterne Glück durch Nachwuchs an oder es steigt ein großes Familienfest. Vielleicht habt ihr euch auch vorgenommen, euch freizunehmen, um zu Hause zu renovieren oder umzuziehen. Das ist alles super, solange ihr dafür Zeit und Kapazitäten frei habt. Schwierig wird es, wenn ihr gleichzeitig auch beruflich sehr eingespannt seid oder ein größeres, wichtiges Projekt am Laufen habt. Es kann gut sein, dass jetzt Anforderungen aus der Chefetage kommen oder man sogar von euch verlangt, Urlaubstage aufzugeben und zu arbeiten. Glücklicherweise wechselt mit dem Neumond auch der Mars ins Zeichen Löwe und das versorgt euch mit extra Energie und zeigt eine sehr produktive Phase von sechs Wochen an. Bis zum 7. Juli läuft es erstmal sehr günstig und ihr bekommt viele Anforderungen unter einen Hut. Für eine Familienfeier oder Sommerparty würde sich der Samstag der 6. Juli sehr gut eignen. Am 8. Juli wird der Merkur rückläufig und gleich darauf am 9. der Chiron in eurem Zeichen. Das kann anzeigen, dass es zu Verzögerungen, Unstimmigkeiten oder Missverständnissen kommt oder auch, dass ihr innehalten müsst, um euch, um eure körperliche und seelische Gesundheit zu kümmern. Zwischen dem 7. Juli und dem Vollmond mit der Mondfinsternis am 16. Juli ist für euch eine herausfordernde Phase. Euer Herrscher Mars wird einen Spannungsaspekt zu Uranus bilden, das kann gesundheitliche Risiken anzeigen. In dieser Zeit solltet ihr beim Sport und generell auch auf riskante Aktionen verzichten. Die Verletzungsgefahr ist dann erhöht. Weil aber Chiron günstig dazu steht, könnt ihr auch bei einem schon länger bestehenden gesundheitlichen oder seelischen Problem einen Durchbruch erzielen. Und bei all dem müsst ihr eine gute Balance finden zwischen euren persönlichen Wünschen und der Verantwortung für Job und Familie. Das ist also eine Zeit, die viel Achtsamkeit erfordert. Wenn ihr gewöhnt seid, Achtsamkeitsübungen zu machen oder zu meditieren, wird euch das jetzt sehr helfen. Für Widder Singles kann sich in dieser Phase auch eine sehr prickelnde neue Affäre ergeben. Vielleicht mit jemandem, den ihr durch euer Hobby oder beim Sport kennenlernt. Das kann auch eine Urlaubsliebe sein. Ob da nun was draus werden kann, hängt davon ab, ob ihr und euer Flirtpartner wirklich frei und ungebunden seid. Schwierig wird es, wenn sich ein Flirt ergibt, obwohl schon Beziehungen bestehen. In dem Fall raten die Sterne dazu, lieber bei dem zu bleiben, was sich bewährt hat. Es sei denn, ihr wolltet euch sowieso trennen. Weil der Merkur rückläufig ist, können sich in der Liebe auch Missverständnisse ergeben oder man verpasst sich oder Nachrichten kommen nicht an. Das dürft ihr dann nicht persönlich nehmen und nicht die Geduld verlieren. Am 23. Juli wechselt die Sonne in den Löwen und bildet für vier Wochen sehr günstige Aspekte für euch. Bis Ende des Monats habt ihr dann überwiegend angenehme und prickelnde Tendenzen. Vor allem diejenigen, die eine neue Liebe begonnen haben, werden viel Spaß haben. Am 28. Juli wechselt auch die Venus in den Löwen und verwöhnt euch anschließend für drei Wochen mit traumhaft schönen Aspekten für Liebe und Erotik. Und ab dem 1. August ist auch die Rückläufigkeit des Merkurs überstanden. Hallo, ihr lieben Stiergeborenen und Stieraszendenten. Freut euch auf einen guten Monat, wenn ihr Urlaub habt oder auch wenn ein schöner Hobbykurs oder ein Ferienseminar anstehen. Beruflich läuft es am besten, wenn ihr euch jetzt mit Fortbildungsaktivitäten befasst oder wenn ihr selbst Kursleiter seid. Der Neumond am 2. Juli mit der totalen Sonnenfinsternis steht günstig zur Stiersonne. Ihr seid wahrscheinlich sehr gefragt, anderen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Falls ihr selbst als Coach oder Berater tätig seid, herrscht bestimmt rege Nachfrage trotz Sommerzeit und Urlaubszeit. Für selbstständige Stiere ist das ein guter Neumond, um über Marketingstrategien nachzudenken, neue Themen zu entwickeln oder Artikel und Blogs zu schreiben. Beachten müsst ihr, dass mit dem Neumond der Mars ins Zeichen Löwe wechselt. Er steht dann für die nächsten sechs Wochen in Spannung zur Stiersonne. Das wird jedoch bis Ende Juli erstmal abgemildert, weil nämlich ab dem 3. Juli die Venus günstig für euch im Zeichen Krebs steht, sodass ihr auch in strittigen Situationen immer den richtigen Ton trefft und durch eine diplomatische und freundliche Kommunikation mögliche Spannungen gut entschärfen könnt. Zwischen dem 8. Juli und dem Vollmond am 16. Juli ist dann allerdings eine heikle Phase, vor allem für die im April geborenen Stiere, die unter dem Einfluss von Uranus stehen. Da könntet ihr öfter mal aus der Haut fahren und außerdem ist auch die Verletzungsgefahr erhöht. Seid bitte vorsichtig beim Sport oder auch im Haushalt. Und falls ihr im Juli einen Familienurlaub macht und vielleicht ein großes Haus gemietet habt, müsst ihr auch darauf achten, dass es da nicht aufgrund der ungewohnten Umgebung zu Verletzungen kommt. Auch Reibereien mit Familienmitgliedern sind möglich, zum Beispiel wenn Aufgaben nicht fair verteilt werden. Ich denke aber, dass euch die freundliche Venus helfen wird, euch gemeinsam auf das Gute zu konzentrieren und euch an euren Familienbanden zu freuen. Wenn ihr Single seid, kann sich rund um den Vollmond am 16. eine neue Liebschaft ergeben, vielleicht auch erstmal was platonisches oder spirituell. Oder ihr wandelt mit dem Kursleiter eines Ferienkurses an. Möglich ist auch, dass eine Liebe aus der Vergangenheit, vielleicht sogar aus einem eurer letzten Urlaube, wieder in euer Leben tritt. Bei solchen Begegnungen lohnt es sich, da genau hinzuschauen und der Sache eine Chance zu geben, denn daraus kann sich was langfristiges entwickeln. Am 19. Juli läuft der rückläufige Merkur bis zum Monatsende zurück in den Krebs und falls dann alte Familiengeschichten nochmal auf den Tisch kommen, solltet ihr euch die Zeit nehmen, darüber nachzudenken und sie mit euren Lieben zu besprechen. Am 23. Juli geht die Sonne in den Löwen und aktiviert dann für vier Wochen euer Familienhaus im Horoskop, wo ja auch schon der Mars steht und am 28. Juli dann auch die Venus. Das ist eine gute Zeit für Aktivitäten mit der Familie oder wenn ihr alleinstehend seid, um euer Heim zu verschönern oder umzuziehen. Falls ihr Lust bekommt, nur mit eurem Schatz alleine nochmal ein paar Tage wegzufahren, wäre die Zeit zwischen dem 23. und 29. Juli ideal dafür. Hallo ihr lieben Zwillingegeborene und Zwillinge-Ascendenten. Für euch geht es in diesem Monat ganz viel um Beziehungen, sowohl spannende neue als auch bestehende Partnerschaften und Freundschaften. Der neue Mond mit der Sonnenfinsternis am 2. Juli fällt auf die Werteachse im Zwillinge-Horoskop. Es wird häufig darum gehen, welche gemeinsamen Werte euch wichtig sind oder ob ihr euch gemeinsam etwas Neues anschaffen wollt. Auch Erbschaftsangelegenheiten oder Fragen rund ums Sorgerecht können anstehen. Offenbar gibt es da Angelegenheiten in der Vergangenheit, die neu geregelt werden müssen. Wenn ihr alleinstehend seid, ist es ein guter Monat, um eure Versicherungen zu sortieren und eventuell zu kündigen, was ihr nicht mehr braucht. Bei allem ist es im Juli wichtig, dass ihr euch auch komplizierte oder lästige oder unangenehme Themen anschaut und durchdringt und nicht verdrängt. Die gute Nachricht ist, dass Glücksplanet Jupiter weiterhin dafür sorgt, dass ihr beliebt seid, eingeladen werdet und euer Sozialleben gut läuft. Mit dem Neumond geht der Mars in den Löwen und bildet dann für sechs Wochen günstige Aspekte zur Zwillinge-Sonne. Wahrscheinlich habt ihr viel Schwung und ausgezeichnete Ideen für zukünftige Projekte oder auch für euer Marketing. Auch finanziell sind die Tendenzen grundsätzlich günstig und in der Chefetage betrachtet man euch mit Wohlwollen. Wermutstropfen ist, dass euer Herrscherplanet Merkur rückläufig wird und zwar vom 8. Juli bis zum 1. August. Das heißt, ihr seid zwar sehr produktiv, müsst aber alle vertraglichen Angelegenheiten genau überprüfen bzw. mit Verzögerungen und Missverständnissen rechnen. Also lieber zur Sicherheit immer noch mal Rückfragen oder Anforderungen per Mail schriftlich bestätigen. Außerdem kann es euch passieren, dass ihr selbst zwar von einem Projekt oder einer Idee begeistert seid, dass aber der Funke nicht so recht überspringen will oder dass vielversprechende Projektpartner einen Rückzieher machen. Dann dürft ihr nicht verzagen. Das heißt nämlich nicht, dass eure Idee nicht gut ist, sondern nur, dass der Zeitpunkt noch nicht reif ist, sie zu präsentieren. Günstig sind die Tendenzen, um zu recherchieren, Informationen zusammenzutragen und Konzepte zu überlegen. Bis zum Vollmond am 16. Juli solltet ihr bei allen Vereinbarungen besondere Vorsicht walten lassen. Ab dem 18. verbessern sich diese Aspekte und ihr könnt andere überzeugen und begeistern. Dann beginnt auch eine Phase bis zum Monatsende, die für Zwillinge Singles besonders spannend ist, um interessante Leute kennenzulernen. Das funktioniert oft ein bisschen nach dem Motto, was sich liebt, das neckt sich. Vor allem mit Schützen, Löwen, Wassermännern oder Widdern werdet ihr euren Spaß haben. Krebse und Steinböcke sind eher empfindlich und legen jedes Wort auf die Goldwaage. Am 23. Juli geht die Sonne in den Löwen und schenkt euch eine wunderschöne Energie, die euch inspiriert und beflügelt. Ist auch toll für alle Social-Media-Aktivitäten. Und ab dem 28. Juli gesellt sich auch die Venus dazu im Löwen. Vor allem neue Beziehungen und frische Freundschaften bekommen dann Auftrieb. Aber vernachlässig darüber nicht eure bestehenden Beziehungen. Ihr solltet sie wertschätzen, denn das sind die Menschen, die euch schon lange kennen und euch auch mit euren Fehlern und Schwächen akzeptieren. Ab dem 1. August wird der Merkur wieder direktläufig und die Tendenzen sind dann so günstig, dass es sich eventuell lohnt, den Urlaub im Juli zu nehmen und bereits im August wieder beruflich durchzustarten. Hallo ihr lieben Krebsgeborenen und Krebsaszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Juli Geburtstag habt. Eure Familie und eure Beziehungen sind diesen Monat großgeschrieben und wenn ihr alleinstehend seid, habt ihr gute Chancen, eurem Seelenpartner zu begegnen. Ideal wäre es, wenn ihr im Juli Urlaub hättet. Dann könnt ihr euch um alle zwischenmenschlichen Angelegenheiten in Ruhe kümmern. Es würde sich anbieten, euren Geburtstag als Familienfest auszurichten und auch mal die Eltern und Geschwister mit einzuladen. Besonders schön zum Feiern sind der 6. und der 13. Juli. Wenn ihr still für euch feiert, solltet ihr euch in einer Geburtstagsmeditation mit Fragen eurer Wurzeln und Herkunft beschäftigen. Der Neumond am 2. Juli ist für euch der wichtigste im ganzen Jahr, weil er in eurem Zeichen stattfindet und ist auch noch eine Sonnenfinsternis. Und der Vollmond am 16. Juli ist eine partielle Mondfinsternis und beide Konstellationen finden im Krebs bzw. Krebs und Steinbock statt und beide weisen auf wichtige Wendepunkte in eurem Leben hin. Und zwar besonders, wenn ihr rund um diese Ereignisse Geburtstag habt. Es kann euch ein Seelenpartner begegnen, vielleicht auch jemand aus eurer Vergangenheit, mit dem es schon mal sehr geknistert hatte. Oder es kommt ein Kind oder ein Enkelkind in euer Leben und für manche von euch steht auch ein Umzug oder eine größere Veränderung am Arbeitsplatz an. Wenn ihr vor wichtigen Entscheidungen steht, könnt ihr euch jederzeit gern für eine Beratung an mich wenden. Generell empfehlen die Sterne am Bewerten festzuhalten und bestehende und gewachsene Beziehungen nicht zu gefährden. Klar, mit Saturn und Pluto im Partnerhaus empfinden manche von euch ihre Beziehung als belastend. Auch Familienverpflichtungen können jetzt sehr anstrengend sein. Vielleicht sucht ihr auch nach Fluchtmöglichkeiten, zum Beispiel einen neuen Flirt oder einen Urlaub mit Freunden, wenn der Partner euch nervt. Aber die Botschaft der Mondknoten ist eindeutig, jetzt ist Zusammenhalt in der Familie angesagt. Mit dem Neumond am 2. Juli verlässt der Mars euer Zeichen und geht dann in den Löwen und das werdet ihr wahrscheinlich als Erleichterung empfinden und ihr fühlt euch nicht mehr so schnell persönlich angegriffen. Tags darauf wandert die Venus in euer Zeichenkrebs und das sorgt für die nächsten drei Wochen für eine liebevolle und verbindliche Atmosphäre. Ihr werdet feststellen, dass sich eure Lieben und Freunde gerne um euch scharen. Und wenn der Partner schwierig ist, solltet ihr dem mit Charme und Liebenswürdigkeit begegnen. Wenn ihr euch Dinge wünscht, statt zu streiten, funktioniert es am besten, denn eure Wunschkräfte sind sehr stark und beinahe unwiderstehlich. Beruflich seid ihr in einer Erfolgsphase, aber manche von euch leiden unter mangelnder Anerkennung und sehen sich deshalb nach anderen Möglichkeiten um. Dabei solltet ihr nicht nur auf eine bessere Bezahlung achten, sondern auch darauf, ob die Atmosphäre stimmt und man euch Wertschätzung entgegenbringt. Ab dem 8. Juli wird der Merkur für den Rest des Monats rückläufig, deshalb seid vorsichtig mit neuen Verträgen und Vereinbarungen. Wenn möglich, bittet um Bedenkzeit bis Anfang August, bevor ihr beruflich neu durchstartet. Auch finanziell ist bis August Zurückhaltung angesagt, obwohl der Mars im Geldhaus euch anspornt, Forderungen zu stellen oder interessante neue Anschaffungen zu machen. Der Vollmond am 16. Juli ist sehr aufregend für euch. Er findet auf eurer Beziehungsachse statt und die Venus verbindet sich hier in eurem Zeichen mit dem Mondknoten. Da seid ihr sehr umschwärmt. Auch Menschen, die sich schon einmal für euch interessiert haben und sich vielleicht getrennt hatten, fällt nun auf, dass sie euch immer noch sehr gerne haben und das bleibt so bis zum Monatsende. Am 23. Juli verlässt die Sonne euer Zeichen und geht dann in den Löwen. Sie aktiviert dann für vier Wochen euer Geldhaus und bleibt aber dabei noch zurückhalten mit dem Geld bis Anfang August. Danach habt ihr eine sehr gute finanzielle Phase und könnt aus dem Vollen schöpfen. Hallo ihr lieben Löwegeborenen und Löweaszendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Juli Geburtstag habt. Eure Energiekurve geht steil nach oben, denn mit dem Neumond am 2. Juli wechselt der Mars in den Löwen in euer Zeichen. Der Neumond selbst ist eine totale Sonnenfinsternis und fällt für das Löwe-Kollektiv ins 12. Haus des Rückzugs und der Spiritualität. Viele von euch bewegen sich in einem Spannungsfeld zwischen dem Wunsch, aktiv zu werden und durchzustarten und dem Bedürfnis, sich zurückzuziehen und zu meditieren. Habt ihr schon mal eine Bewegungsmeditation ausprobiert? Das könnte für euch gut passen. Aktiv und achtsam zugleich sein. Denn die Konstellationen sind nicht so ganz ohne für euch. Zwischen dem 5. und dem 12. Juli trifft sich der Mars mit dem Merkur und läuft dann auch gleich in eine Spannung zu Uranus hinein. Und auf der körperlichen Ebene kann das eine erhöhte Unfall- oder Verletzungsgefahr mit sich bringen. Mental bedeutet es, ihr könntet mit dem, was ihr sagt, anecken oder unerwartete Reaktionen hervorrufen. Oder ihr habt brillante Ideen, findet aber nicht zurecht Gehör oder werdet missverstanden. Beruflich können sich in der 1. Juli-Hälfte Konflikte ergeben, weil Vorgesetzte plötzlich ihre Meinung ändern oder sich unberechenbar verhalten. Am 8. Juli wird zudem der Merkur im Löwen rückläufig. Vielleicht ändert ihr dann auch selbst eure Meinung. Die Sterne raten euch bei euren Ideen und Vorhaben, die Bedürfnisse eurer Ansprechpartner, Freunde oder Zielgruppe genau im Auge zu behalten. Es ist nicht gesagt, dass andere die gleiche Begeisterung für eine Sache empfinden wie ihr selbst. Und wenn der Eindruck entsteht, dass es bei einer Idee in erster Linie um euch selber geht, kommt das nicht so gut an. Und das wäre schade, denn eigentlich seid ihr im Juli ganz wunderbare Anführer und eure Ideen sind wahrscheinlich wirklich gut. Ihr müsst taktvoll vorgehen und Vertrauen aufbauen, denn die Aspekte werden immer besser. Samstag, der 13. sieht schon mal sehr gut für euch aus. Die Tage rund um den Vollmond am 16. sind dann noch mal kritisch. Da sind viele Leute überempfindlich und wollen keineswegs zu irgendwelchen Aktivitäten überredet werden. Ab dem 19. baut sich ein sehr schöner und lustvoller Aspekt von Mars zu Jupiter auf. Hier kommt er. Und der wirkt dann bis zum Monatsende. Dann seid ihr einfach unwiderstehlich, vor allem auch in erotischer Hinsicht. Solltet ihr gerade keinen Liebespartner haben, ist das auch eine schöne Konstellation für Sport- und Freizeitaktivitäten. Am 23. Juli um genau 4.50 Uhr am Morgen geht die Sonne in euer Zeichen Löwe und aktiviert dann für vier Wochen eure Vitalität und Lebensfreude. Und am 28. gesellt sich dann auch noch die Venus im Löwen dazu. Dann steigen eure Aktien noch gewaltig weiter. Wenn ihr im Juli Geburtstag habt, steht ihr unter dem Einfluss von Uranus und der bringt einige Aufregungen und Störfeuer. Rechnet damit, dass es Planänderungen geben kann und sperrt euch nicht dagegen. Wenn zum Beispiel jemand zu eurem Geburtstag plötzlich absagt oder was ähnliches, nehmt es nicht persönlich. Die Aspekte von Uranus lassen aber auch euer Charisma erstrahlen und die Singles unter euch können in der zweiten Juli Hälfte super spannende neue Flirts anfangen und wirken sehr faszinierend. Am 1. August geht der Merkur wieder in den Vorwärtsgang und dann läuft es richtig rund für euch. Hallo ihr lieben Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Freut euch auf einen schönen Monat mit schönen und angenehmen Tendenzen, sowohl wenn ihr Urlaub habt und ausspannen wollt, als auch wenn ihr fleißig an größeren Projekten werkelt. Eure Freundschaften, aber auch die Liebe spielen eine große Rolle. Der Neumond im Krebs mit der Sonnenfinsternis am 2. Juli fällt für das Jungfrau-Kollektiv ins Haus der Freundschaften und am 3. Juli gesellt sich dann auch die Venus dazu im Krebs. Ihr könnt bedeutende neue Kontakte knüpfen und sehr wichtige Menschen treffen, die euch nicht nur privat, sondern auch beruflich unterstützen oder bei wichtigen Entscheidungen zur Seite stehen. Für manche von euch wird es auch nötig, in euren Freundschaften aufzuräumen und Themen der Vergangenheit nochmal anzuschauen. Wundert euch nicht, wenn sich Freunde melden, von denen ihr schon seit Jahren nichts mehr gehört habt oder wenn ihr selbst das Bedürfnis habt, euch nach langer Zeit mal wieder bei verschollenen Bekannten zu melden. Gebt dem ruhig nach, denn daraus können wichtige Impulse für eure eigene seelische Entwicklung entspringen. Auch beruflich können euch Leute helfen, mit denen ihr vor vielen Jahren schon einmal zusammengearbeitet habt. Mit dem Neumond geht der Mars in den Löwen, wo sich auch der Merkur befindet und für das Jungfrau-Kollektiv ist das das zwölfte Haus der Spiritualität und des Rückzugs. Spirituelle Jungfrauen sind wahrscheinlich sehr inspiriert und empfangen viele Botschaften aus der geistigen Welt. Beim Mars in 12 muss man aber auch vor versteckten Feinden wahren, zumal der Merkur am 8. Juli und bis zum 1. August rückläufig wird. In dieser Zeit kann es zu Missverständnissen kommen, die dazu führen, dass Leute euch böse sind und das aber nicht offen zeigen, sondern hinter eurem Rücken Groll aufbauen. Wenn ihr sowas spürt oder beobachtet, solltet ihr euch um eine Klärung bemühen, damit kein Schaden entsteht. Am besten funktioniert das gegen Ende des Monats oder im August in einem persönlichen Gespräch. Hilfe und Unterstützung bekommt ihr dabei gegebenenfalls auch von Familienmitgliedern. In der Liebe ist eine Menge los im Jungfrau-Horoskop, denn wir haben Romantikplanet Neptun und die wilde Lilith bei euch im kosmischen Partnerhaus. Auch wenn ihr normalerweise vorsichtig und besonnen seid, kann es euch passieren, dass ihr euch auf eine wilde Affäre einlasst. Das gilt den ganzen Monat über und rund um den Vollmond am 16. Juli sind eure Liebessterne besonders heiß. Aus einer Freundschaft kann Liebe werden und es kann auch eine Affäre aus der Vergangenheit, zum Beispiel eine Urlaubsliebe, plötzlich wieder bei euch auf der Matte stehen. Das ist alles wunderbar, wenn ihr frei und ungebunden seid. Solltet ihr eine feste Beziehung haben, müsst ihr darauf Acht geben, diese nicht durch einen Flirt zu gefährden, denn euer Partner ist schnell verunsichert, wenn ihr von Verehrern umschwärmt werdet und nicht eindeutig Stellung bezieht. Selbst wenn ihr Zweifel habt, ob eure Beziehung noch das Richtige ist, stehen die Sterne jetzt nicht gut, um sich zu trennen. Wartet lieber noch ab und denkt darüber nach, wie wichtig euch eure bestehenden Beziehungen und auch Freundschaften sind. Gegebenenfalls findet ihr bei euren guten Freunden Rat und Hilfe. Am 23. Juli geht die Sonne in den Löwen. Sie aktiviert dann beim Jungfrau-Kollektiv für vier Wochen das zwölfte Haus der Spiritualität und des Rückzugs. Dann beginnen vier Wochen, die für euch ideal sind, zum Urlaub machen und ausspannen oder auch, um in einem schönen Seminar an eurer Bewusstseitsentwicklung zu arbeiten. Hallo ihr lieben Waagegeborenen und Waage-Ascendenten. Trotz Urlaubszeit und Sommerzeit kann der Juli für viele von euch ein Monat wichtiger Entscheidungen werden. Der Neumond vom 2. Juli im Krebs fällt beim Waage-Kollektiv ins 10. Haus der Karriere. Er beleuchtet das Spannungsfeld, in dem sich viele Waagegeborene das ganze Jahr 2019 über befinden. Da ist einmal die berufliche Entwicklung mit ausgezeichneten Karrieremöglichkeiten und viele Waagen schaffen es dieses Jahr auch wirklich, ihre Berufung zu leben und demgegenüber Verantwortung und Verpflichtungen innerhalb der Familie oder auch für das Heim oder Immobilien. Wenn ihr im Juli Urlaub habt, stellt ihr wahrscheinlich fest, dass ihr weniger Zeit für euch selbst habt als erhofft, weil ihr euch um Familienmitglieder kümmern müsst oder etwas in eurem Zuhause anliegt. Das kann aber durchaus auch eine Familienfeier oder ein Besuch bei den Eltern sein. Dazu müsst ihr euch vielleicht aufraffen, aber hinterher seid ihr doch froh, dass ihr es gemacht habt. Wenn ihr beruflich eingespannt seid, könnt ihr sehr erfolgreich sein, zumal auch eure Herrscherin, die Venus, ab dem 3. Juli ins Karrierehaus geht und sich dort für euch sehr vorteilhaft entfaltet. Wenn ihr noch auf Partnersuche seid, ergeben sich gerade durch berufliche Aktivitäten interessante neue Kontakte und Flirts für euch. Rechnet trotzdem damit, dass Familienangelegenheiten Zeit und Aufmerksamkeit von euch fordern und das ist dann auch wichtig. Wahrscheinlich wird es euch gelingen, alles irgendwie zu regeln, aber das ist durchaus anstrengend. Günstig für euch ist, dass der Mars mit dem Neumond ins Zeichen Löwe wechselt. Dadurch wachsen euch neue Kräfte zu. Grundsätzlich dürft ihr auch mit tatkräftiger Unterstützung seitens eurer Freunde und eures Netzwerks rechnen. Allerdings müsst ihr dafür genaue Absprachen treffen und Vereinbarungen gegebenenfalls schriftlich festhalten, denn gerade in der ersten Monatshälfte kann es dabei zu abrupten Planänderungen kommen und sonst verlässliche Partner verhalten sich unberechenbar. Am 8. Juli wird der Merkur für den Rest des Monats rückläufig, ebenfalls im Löwen und bei euch im Haus der Freundschaften. Da macht dann vielleicht so mancher einen Rückzieher, der euch zuerst etwas zugesagt hatte. Das dürft ihr aber nicht persönlich nehmen, ist wahrscheinlich nicht böse gemeint. Am 16. Juli haben wir den Vollmond auf der Achse Steinbock-Krebs und der bildet eine starke Spannung hier zur Vagesonne. Da habt ihr möglicherweise einige schlaflose Nächte. Vielleicht auch wegen der Liebe, denn die Venus verbindet sich dann mit dem Mondknoten. Das ist eine Zeit, in der Seelenpartner ins Leben treten. Und wenn die Familie ruft, ist das auch eine Chance, euch mit euren Wurzeln zu verbinden und daraus neue Kraft zu schöpfen. In den letzten zehn Tagen des Monats wirken die Aspekte zunehmend kräftigend und vitalisierend für euch. Am 23. Juli geht die Sonne in den Löwen und bildet dann für vier Wochen vorteilhafte Aspekte zur Vagesonne. Rechnet mit vielen interessanten Einladungen, die euch auch beruflich voranbringen. Wenn ihr Urlaub habt, ist das letzte Monatsdrittel ideal für einen Städtetrip mit Kunst und Kultur und dem Besuch guter Freunde. Am 28. Juli wandert die Venus in den Löwen. Das bringt für drei Wochen viele Chancen auf Geselligkeit und glamouröse Momente, wie ihr es liebt. Mehr dazu erfahrt ihr dann in dem Video für den August. Hallo ihr lieben Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten. Freut euch auf einen Monat mit vielen harmonischen Aspekten und sehr guten Urlaubs- und Reisesternen. Wobei die erste Monatshälfte etwas spannungsgeladener ist, besonders für die Oktober-Skorpione. Das liegt daran, dass mit dem Neumond am 2. Juli der Mars in den Löwen wechselt und dann für sechs Wochen eine Spannung zur Skorpionsonne bildet. Anfangs ist daran auch der Uranus beteiligt, der ja langfristig für das Skorpion-Kollektiv im Partnerhaus steht. Und wenn ihr diesen Einfluss empfangt, ist das vor allem dann erfreulich, wenn ihr alleinstehend und unabhängig seid und neue Bekanntschaften oder Affären in eurem Leben gut integrieren könnt. Skorpione auf Partnersuche haben im Juli nämlich sehr gute Chancen, jemanden kennenzulernen. Der Neumond fällt in euer neuntes Sonnenhaus der Reisen und der Pläne und da steht ja auch langfristig der Mondknoten. Und ab dem 3. Juli gesellt sich dann auch noch die Venus dazu. Das bedeutet, wenn ihr im Urlaub jemand kennenlernt oder bei einem Ferienkurs oder wenn ihr eine Fortbildung macht, kann sich daraus tatsächlich auch mehr entwickeln. Wenn ihr selbst Kurse gebt oder Seminarleiter seid, werdet ihr im Juli viel Erfolg haben und es kann sich eine Romanze mit einem Kursteilnehmer oder Kursteilnehmerin ergeben. Skorpione in fester Beziehung sollten mit ihrem Schatz an einem Gewässerurlaub machen, sei es am Strand oder auf einer Kreuzfahrt. Da werdet ihr sehr schöne romantische Momente erleben. Diejenigen, die jetzt keinen Urlaub haben, sind beruflich sehr produktiv, aber es können sich Planänderungen und Missverständnisse ergeben. Das kann vor allem in der ersten Monatshälfte zu Konflikten führen, weil ihr tendenziell gereizt darauf reagiert, wenn Dinge nicht nach euren Vorstellungen laufen. Am 8. Juli wird der Merkur rückläufig. Das trägt nicht unbedingt zur Entspannung bei, wenn Informationen verloren gehen oder eure Argumente nicht verstanden werden. Die Sterne empfehlen euch, gelassener und flexibel auf solche Änderungen zu reagieren und sie nicht persönlich zu nehmen. Es lohnt sich auch, Absprachen und Vereinbarungen schriftlich festzuhalten und die Unterzeichnung wichtiger Verträge auf den August zu vertagen, wenn möglich. Betroffen von diesen Aspekten ist vor allem die erste Dekade des Skorpionzeichens. Die zweite und dritte Dekade empfangen überwiegend harmonische Einflüsse. Der Vollmond am 16. Juli steht zur Skorpionsonne günstig. Wenn ihr Urlaub habt oder euch zwischendurch Zeit für die Liebe nehmen könnt, werdet ihr rund um den Vollmond sehr romantische Momente erleben. Für spirituelle Skorpione sind die Konstellationen ideal für schöne Rituale oder sommerliche Vollmondfeuer, wenn es das Wetter zulässt und die Feuerstelle gesichert ist. Außerdem könnt ihr dabei die partielle Mondfinsternis beobachten. Mehr dazu erfahrt ihr in meinen Videos Kosmische Schwingung und zum Mondzyklus im Juli. Am 19. Juli geht der rückläufige Merkur zurück in den Krebs. Dann müsst ihr bis zum Ende des Monats bei euren Reise- und Fortbildungsaktivitäten mit Planänderungen oder Verzögerungen rechnen. Am 23. wandert die Sonne ins Zeichen Löwe und aktiviert beim Skorpion-Kollektiv für die kommenden vier Wochen das 10. Haus der Karriere, gefolgt am 28. von der Venus. Es kann bis zum Monatsende ein bisschen chaotisch werden. Auch ein Flirt mit Kollegen oder sogar Vorgesetzten kann für Aufregung sorgen. Wenn ihr die Kontenanz bewahrt, könnt ihr diese anregenden Energien zu euren Gunsten wenden und eine beruflich sehr erfolgreiche Phase starten. Mehr darüber erfahrt ihr dann in dem Video mit den Tendenzen für den August. Hallo ihr lieben Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Auch im Juli stehen Partnerschaftsthemen im Vordergrund. Der neue Mond vom 2. Juli im Zeichen Krebs fällt bei euch ins Achterhaus der gemeinsamen Werte und aktiviert alle Themen rund um gemeinsame Anschaffung, gemeinsame Verantwortung oder auch Erbschaften. Und falls ihr mit eurem Schatz eine innige Beziehung habt, denkt ihr vielleicht ans Heiraten oder ans Zusammenziehen. Möglich auch, dass eine Person aus der Vergangenheit, die schon einmal sehr wichtig für euch war, wieder auftaucht und ihr entdeckt, dass ihr immer noch viel gemeinsam habt. Wenn euch mystische Themen interessieren, könnt ihr zu diesem Neumond ein neues Forschungsthema entdecken, in das ihr euch vertiefen wollt und bekommt Einblick in geheime Zusammenhänge. Dank Jupiter, der hier super günstig in eurem eigenen Zeichen steht, nehmt ihr neue Projekte mit Optimismus und Zuversicht in Angriff. Nur diejenigen von euch, die weiterhin den Spannungsaspekt von Neptun empfangen, die müssen auch weiterhin darauf achten, dass sie nicht irgendwelchen Träumereien nachjagen oder Luftschlösser bauen. Näheres dazu könnt ihr in meinem Jahrbuch nachschlagen. Der Mars beginnt mit dem Neumond, seinen sechswöchigen Durchgang durch das Zeichen Löwe. Das bringt euch viel Schwung und Tatendrang. Wenn ihr Reisen vorhabt oder plant, wird euch das viel Spaß machen. Auch beruflich habt ihr einen guten Lauf, vor allem, wenn ihr euren Beruf liebt oder beruflich viel auf Reisen seid. In der ersten Woche kann es jedoch sein, dass sich Dienstpläne ändern oder Kollegen euch bitten, für sie einzuspringen. Nicht alle eure Vorhaben lassen sich wie geplant durchführen. Am 8. Juli wird außerdem der Merkur rückläufig. Das kann bei Reisevorhaben oder Fortbildungen zu Planänderungen und Missverständnissen führen. Das kann euch aber nicht wirklich die gute Laune verderben. Wenn euch etwas zu schaffen macht, dann wohl eher finanzielle Erwägungen, denn nicht für alle Vorhaben ist genug Geld da. Vielleicht müsst ihr persönliche Wünsche zurückstellen, weil ihr mit Rücksicht auf Partner oder Eltern euer Geld in einen gemeinsamen Topf werfen müsst. Lasst es darüber nicht zum Streit kommen. Die Sterne meinen, dass die Familie und die schon länger bestehenden Beziehungen Vorrang haben. Ihr findet trotzdem Wege zu feiern und euch zu amüsieren. Zum Beispiel ist ein sehr schöner Tag, der Samstag, der 13. Juli. Der Vollmond mit der Mondfinsternis am 16. Juli bietet nochmal einigen Konfliktstoff in euren Beziehungen, wenn eure Wertvorstellungen darüber, was wem wie viel Wert ist, auseinandergehen. Vor allem, wenn euer Partner ein Widder, Krebs, Steinbock oder Waage ist. Aber schon bald bessern sich die Aspekte. In den letzten zehn Tagen des Monats heitern sich viele Gemüter auf und eure lustige und mitreißende Art kommt wieder richtig gut an. Für Singles ist das die beste Zeit des Monats, um erfolgreich zu flirten. Wenn der Haussegen mal schief hängt, dann regt gemeinsame Aktivitäten an. Ob Sport, eine kurze Reise oder ein kulturelles Event, das wird euch gut tun und die Sorgen sind schnell vergessen. Ab dem 23. Juli geht die Sonne ins Zeichen Löwe und bildet dann für vier Wochen traumhaft schöne Aspekte für euch. Zwar haben wir da nochmal einige Tage mit unerwarteten Störungen und Planänderungen, aber damit werdet ihr fertig. Am 28. geht dann auch die Venus in den Löwen und ihr seid absolut unwiderstehlich. Und am 1. August wird der Merkur wieder direktläufig. Danach könnt ihr euch auf drei Wochen mit vielen abenteuerlichen und schönen Momenten freuen. Hallo ihr lieben Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Familie und Partnerschaften sind für euch im Juli groß geschrieben. Der Neumond im Krebs mit der totalen Sonnenfinsternis am 2. Juli fällt in euer Partnerhaus und tags darauf gesellt sich auch die Venus dazu, die anzeigt, dass ihr liebevolle Begegnungen erlebt und euch häufig in netter Gesellschaft befindet. In der ersten und der letzten Woche des Monats kann es ein bisschen chaotisch zugehen und es können sich Planänderungen ergeben, vor allem durch Kinder in der Familie, die ihren eigenen Kopf haben. Da solltet ihr dann flexibel bleiben. Der Kosmos meint, wenn wichtige Ereignisse in der Familie oder in euren Partnerschaften anstehen, solltet ihr alles andere zur Seite schieben und euch die Zeit dafür nehmen. Wenn ihr auf Partnersuche seid, ist der Juli ein vielversprechender Monat, um jemanden kennenzulernen und daraus kann sich eine ernsthafte Beziehung entwickeln. Sogar eine Begegnung, die zunächst nur als lockere Affäre anfängt, kann auf lange Sicht in eurem Leben immer mehr Raum einnehmen. Möglich auch, dass ihr wieder in Kontakt mit einer alten Liebe aus eurer Vergangenheit kommt und merkt, dass immer noch Gefühle da sind. Hier lauert ein bisschen eine Gefahr für festliierte Steinböcke, die durch Begegnungen mit aufregenden neuen Menschen oder einer vergangene Liebe emotional aufgewühlt werden und vielleicht ihre bestehende Beziehung in Frage stellen. Da solltet ihr standhaft bleiben. Die Sterne raten euch, bis August abzuwarten und erstmal nichts zu tun, das euren gewachsenen Familienstrukturen schaden würde. Mit dem Neumond wandert der Mars in Zeichen Löwe und geht damit aus der direkten Konfrontation mit der Steinbocksonne heraus. Ihr werdet das vielleicht daran merken, dass ihr euch nicht mehr so schnell aufregt und wieder zu eurer gewohnten Besonnenheit zurückfindet. Das kann euch bestimmt helfen, wenn ihr in anstrengenden Momenten einen kühlen Kopf bewahren müsst. Wenn ihr beruflich sehr eingespannt seid, solltet ihr Privates von Geschäftlichem strikt trennen. Am 8. Juli wird der Merkur rückläufig und es kann bei Vereinbarungen und Verträgen zu Missverständnissen kommen. Auch eine private finanzielle Anschaffung gemeinsam mit dem Partner könnte für Diskussionen sorgen. Vielleicht ist es ganz gut, wenn ihr bis zum 1. August mit vertraglichen Entscheidungen abwartet, bis der Merkur wieder direktläufig wird. Rund um den Vollmond am 16. Juli solltet ihr öfter mal den Kopf abschalten und mehr auf euer Herz und eure Gefühle hören. Dieser Vollmond ist nämlich eine Mondfinsternis und die findet genau auf eurer Beziehungsachse statt. Das heißt, der Mond steht im Steinbock, gegenüber die Sonne im Krebs ist also eine Liebeskonstellation für euch. Die Singles unter euch sollten sich für Begegnungen öffnen und sich mit Kritik ein bisschen zurückhalten, damit die Liebe sie auch finden kann. Saturn und Pluto in eurem eigenen Zeichen können nämlich dazu führen, dass ihr in Begegnungen misstrauisch und pessimistisch seid. Zum Glück hilft der schöne Aspekt von Neptun, euch etwas weicher und empfänglicher zu machen, sodass ihr die Begegnung mit wichtigen Menschen zulassen könnt, die mit guten Absichten in euer Leben treten. Selbst wenn es dabei erstmal ein Hin und Her geben sollte, weil der Merkur noch rückläufig ist, solltet ihr geduldig bleiben, denn es lohnt sich. Am 23. Juli wandert die Sonne in den Löwen, gefolgt von der Venus am 28. Beides stärkt für die nächsten vier Wochen eure festen Beziehungen, auch in sinnlicher und erotischer Hinsicht. Ihr wirkt anziehend und das fällt vielleicht auch Dritten auf. Aber solange ihr eurem Schatz zeigt, dass er oder sie die Nummer eins ist, wird euch das nur noch attraktiver machen und ihr könnt die Aspekte genießen. Hallo ihr lieben Wassermann-Geborenen und Wassermann-Ascendenten. Nach und nach wandern immer mehr Planeten in euer Partnerhaus und lassen es so richtig knistern. Aber auch in beruflicher Hinsicht tut sich einiges für euch. Der Neumond im Krebs mit der totalen Sonnenfinsternis fällt nämlich bei euch in den Bereich Job und Alltag und es kann durchaus sein, dass ihr da gefordert seid. Vielleicht sollt ihr eine Urlaubsvertretung übernehmen oder eine neue Person muss eingearbeitet werden und deswegen herrscht Urlaubssperre. Für Wassermann-Singles können sich im beruflichen Umfeld interessante Flirts ergeben. Solltet ihr in einem Familienunternehmen oder mit Familienmitgliedern arbeiten, könnt ihr im Juli euren Zusammenhalt stärken, zum Beispiel durch eine Familienfeier oder einen gemeinsamen Urlaub. Beruflich wie privat gilt, blickt nicht nur in die Zukunft, sondern behaltet auch vergangene Entwicklungen im Auge, die eure Aufmerksamkeit erfordern. Vielleicht auch durch Menschen, die ihr von früher her kennt und die jetzt wieder euren Weg kreuzen. Darin können große Chancen stecken, für die Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen. Für manchen Wassermann betrifft das die Gesundheit. Ihr werdet vielleicht feststellen, dass alte, ungesunde Gewohnheiten sich nun in ihrer Konsequenz bemerkbar machen und ihr solltet überlegen, daran für die Zukunft etwas zu ändern. Ihr könnt im Juli einen guten Arzt oder Heiler finden, der euch dabei unterstützt. Super wichtig für euch ist auch, dass der Mars am 2. Juli, also mit dem Neumond, ins Zeichen Löwe und damit für den Wassermann für das Kollektiv ins Partnerhaus geht. Damit beginnt eine Phase von sechs Wochen, in der ihr tendenziell etwas gereizter seid als sonst, besonders wenn euer Gegenüber euch provoziert. Das kann durchaus Flirts in Gang bringen, nach dem Motto, was sich liebt, das neckt sich, aber es kann euch halt auch auf die Nerven gehen. In geschäftlichen Meetings kann der Ton schärfer werden und mehr Konkurrenzdenken kommt auf. Besonders reizbar seid ihr in der ersten und der letzten Woche des Monats, wenn auch Uranus beteiligt ist, der sowieso in Spannung zu eurer Sonne steht. Am 8. Juli wird der Merkur für den Rest des Monats rückläufig und bis zum 14. ist dann eine besonders heikle Phase und zwar besonders für die Januar-Wassermänner. Sogar die Verletzungsgefahr ist dann erhöht. Lasst euch in der Zeit nicht durch andere zu riskanten Aktionen provozieren. Auch Streitigkeiten innerhalb der Familie und Partnerschaft sind möglich, oft nur wegen kleiner Missverständnisse. Versucht cool zu bleiben. Der Vollmond mit der Mondfinsternis am 16. Juli betrifft dann wieder eure Arbeits- und Gesundheitsachse und die Menschen sind generell besonders empfindlich. Es kann sein, dass euch die aufgeladene Atmosphäre auf den Magen schlägt oder dass ihr schlaflose Nächte habt. Ab dem 20. werden die Aspekte aber wieder besser. Vor allem Aktivitäten mit euren Freunden und eurer Clique bringen dann viel Spaß und Ablenkung. Am 23. Juli geht die Sonne in den Löwen und aktiviert für die kommenden vier Wochen euer Partnerhaus und am 28. läuft dann auch die Venus für drei Wochen hier durch den Löwen und durchs Partnerhaus. Grundsätzlich ist das sehr erfreulich für eure Beziehungen und bringt viele interessante Impulse für euer Sozialleben. Aber bis Anfang August entstehen dabei nochmal Spannungsaspekte mit dem unruhigen Uranus, deswegen müsst ihr nochmal mit einigen Chaos rechnen, Pläne ändern sich und auch Flirtpartner können sich als unzuverlässig erweisen. Aber ab dem 4. August läuft es dann wieder rund. Hallo ihr lieben Fischegeborenen und Fische-Aszendenten, freut euch auf einen schönen Juli mit vielen romantischen und kreativen Momenten. Neptun, der große Verführer und die wilde Lilith stehen bei euch im Zeichen und Liebesgöttin Venus in Harmonie dazu. Ihr seid wieder mal absolut unwiderstehlich. Wenn ihr Urlaub habt, solltet ihr schauen, dass ihr nicht nur faul am Strand liegt, sondern euch sportlich betätigt oder kreativ werdet, denn ihr seid besonders inspiriert. Wenn ihr Single seid, geht unter Leute oder surft im Internet auf passenden Partnerplattformen oder Apps. Ihr könnt fündig werden. Den ganzen Monat stehen die Sterne super, um eine romantische Affäre anzufangen. Selbst die schwierigen Wächter Saturn und Pluto stehen günstig zur Fischesonne. Das sind alte Bekannte und Freunde, die euch vielleicht manchmal streng vorkommen, aber einen stabilen Einfluss in eurem Leben darstellen. Der neue Mond mit der Sonnenfinsternis im Krebs fällt in euer fünftes Haus der Lebensfreude und der Kreativität. Das ist am 2. Juli und das kann euch einen großen Durchbruch bei einem Herzensprojekt bringen. Das fünfte Haus ist auch das Haus der Kinder. Wenn ihr mit Kindern zu tun habt oder an einem kreativen Projekt wie etwa einem Kinderbuch arbeitet oder einen Kinderwunsch habt, erfahren solche Vorhaben und wünsche einen großen Energieschub. Eure Familie bzw. Herkunftsfamilie kann dabei eine Schlüsselposition einnehmen, entweder indem sie euch unterstützt oder indem ihr durch sie wichtige Menschen kennenlernt, die euch behilflich sind. Dieses Thema bleibt den ganzen Monat über aktiv. Wermutstropfen ist, dass der Merkur am 8. Juli rückläufig wird und das kann manche Pläne durchkreuzen, weil es zu Verzögerungen oder Missverständnissen kommt. Das heißt aber nicht, dass eure Ideen grundsätzlich nicht gut sind. Lasst euch davon nicht beirren. Am Tag des Neumonds wechselt der Mars in den Löwen und läuft dann für sechs Wochen beim Fische-Kollektiv durch den Bereich Job und Gesundheit. Und bis zum 14. Juli und auch zwischen dem 23. und 31. Juli können bestehende Zipperlein oder Allergien aufflammen, aber dann sind auch Heilungsfortschritte möglich, zum Beispiel durch eine Ernährungsumstellung oder eine feinstoffliche Heilmethode. Andererseits sagen die Sterne auch, dass ihr Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten oder Nahrungsmitteln genau beachten müsst. Beruflich zeigt der Mars neuen Schwung an, aber Absprachen mit Kollegen oder Kunden könnten unter dem rückläufigen Merkur leiden. Deshalb im Zweifelsfalle lieber alles schriftlich festhalten und bei neuen Projekten erstmal vorsichtig das Terrain sondieren. Der Vollmond am 16. Juli ist eine Mondfinsternis und betont nochmal die starke, kreative und auch sinnliche Energie in eurem Horoskop. Wenn ihr einen Liebespartner habt, solltet ihr euch in der Vollmondphase Zeit für die Liebe und Erotik nehmen. Wenn ihr alleinstehend seid, nutzt die Vollmondenergie für ein Herzensprojekt oder ein schönes Ritual. In den letzten zehn Tagen des Monats sind eure Aspekte beruflich sehr günstig. Falls ihr dann also keinen Urlaub habt, könnt ihr viel erreichen und damit bei euren Vorgesetzten oder auch Kunden einen guten Eindruck hinterlassen. Am 23. Juli geht die Sonne in den Löwen und aktiviert dann für vier Wochen zusätzlich zu Mars euren Bereich für Gesundheit und Joballtag und die Venus gesellt sich ab dem 28. auch dazu. Das verspricht erfreuliche berufliche Entwicklungen und die Singles unter euch beginnen vielleicht einen Büroflirt. Wenn ihr frei habt, könnt ihr für den August Gesundheits- und Wellnesszeiten einplanen. Mehr dazu erfahrt ihr dann im nächsten Horoskop-Video. Das waren eure Sterne im Juli und jetzt habe ich noch ein paar wichtige Informationen und die Verlosung für euch. Wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, könnt ihr mich gern über meine Homepage hier oder über meinen Kundentelefon kontaktieren und alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächster Livestream ist der Sonnenfinsternis-Talk am 1. Juli um 21 Uhr. Da schauen wir nochmal in die Konstellationen und auch die Astronomie der Sonnenfinsternis und in der Sendung verlose ich eine 15-minütige Live-Beratung. Dazu müsst ihr euch bitte mit einer E-Mail anmelden und die Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage. Der Livestream findet dann hier auf meinem YouTube-Kanal statt. Am 15. Juli um 21 Uhr mache ich dann einen Mondfinsternis-Talk, auch als Livestream. Da werde ich euch einen Überblick geben, wann und wo die Mondfinsternis sichtbar sein wird und wir werden natürlich auch über die astrologischen Konstellationen reden. Und es gibt auch wieder eine Live-Beratung, für die ihr euch mit einer E-Mail anmelden könnt. Und jetzt kommen wir zur Verlosung des Monats. Ihr könnt mein Buch Geheimnisse der Astrologie gewinnen mit persönlicher Widmung von mir vorne drin. Und viele Fragen zur Astrologie, die ihr mir im Livestream oder auch in Kommentaren schon gestellt habt, beantworte ich in diesem Buch. Um an der Verlosung teilzunehmen, postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr schon Abonnenten seid, dann teilt bitte meine Videos in euren Social Media. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Mehr zum Thema Karma und Mondknoten erfahrt ihr in dem Video Finde deine Heimat. Chiron spielt im Juli eine große Rolle. Schaut euch dazu mein Video über Chiron im Widder an. Und mehr über Saturn erfahrt ihr in meinem Video Die Kunst zu manifestieren. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.